Yo Leute, was geht? Äh, Bloodborne am Start wieder. Ja, juckt mich halt gar nicht, dass sie wie viel verwöhnt wird. Das hab ich andauernd, ne? Online-Spiele nicht möglich hinter... Ducks, äh, boah, Bloodborne. Genau. So, wir sind... Immer noch, äh, hier. Wir sind grad noch da oben. Und jetzt sind wir hier nicht mehr da oben. Hier ist der Shortcut. Ich hab ein bisschen Respekt vor den Viechern da. Weil ich weiß, dass die einen ordentlich... Warte, ich glaub, wir nehmen mal die andere Waffe. Komm mal her. Geil. Jungs, bist du eigentlich behindert? Komm ran. Ah, schade. Ja, ist halt schon geil. Null bist du. Komm mal her, du extra Bastard. Ja, der hat ja nicht mehr Leben verloren. Verrecke, du Neger. Oh, lol. Hab ich nicht gesagt. Oh, 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 oh. Egal. Egal, egal. Geht das jetzt bei dem auch so leicht? Weil das ist ja... Das neue Parieren. Oh, shit. Oh, der gibt mir übel die Kopfnuss. Zack. Oh, lol. Der hat das gleich gemacht. Da gibt's mir nur einmal ne Kopfnuss. Na, ich schwöre dir. Ja. Jo, der kann den Baby-Lad ja auch. Gibt's da einen Grund, warum der mich so hat? Warum er mir so richtig hart auf die Fresse geht? Du bist so tot. Kann, kann einfach nicht sein, ne? Gibt's irgendwas, was mich instant... Hm. Ja, ich möchte jetzt nicht das Blut der Hure nehmen. Bläts, Papier, so, OPS. Tun wir hier mal rein. Irgendwie. Ich glaube, das können wir irgendwann mal nutzen. Wie gehören wir jetzt an? Ah, Blutscheine, ja. Mhm, cool. Wo ist das denn jetzt? Da. Okay. Dann pumpen wir uns halt wieder voll mit den Dingern. Auch, GG. Ich hätte gerne ne Lampe, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir können da oben lang. Können aber auch hier lang. Ich geh da oben lang. Ich hab keinen Bock auf die Dogs. Ist das hier ne? Ne. Doch, oder? Ne. Irgendwas hat hier gerade Magie oder sowas gemacht. Oder irgendwas schreit zumindest. Oh! Was ist los, Boys? Ja, 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 ja. Oh, Junge, 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 Junge. Habe ich mich relativ leicht erschrocken. Da ist schon wieder irgendwer. Okay, da müssen wir alles töten, sonst können wir nicht an die Truhe ran. Ja, 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 ja. Sag mal leise, du Bonzen. Also, was ist hier denn drinne? Ja, geil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Dinger, ne? Ich weiß nicht. Ich finde die jetzt nicht so Bonzen. Das ist jetzt nicht mein Favourite-Ort. Ja, wie kalt, hier ist ein Boss. Hm. Ja, mach'n. Na ja, komm. YOLO. Ja, aber klar. Du, das ist gar nicht der Boss. Hä? Oh, Leute, hi. Da oben. Töten wir einfach die Hexe. Die ist tot. Warum bleibt ihr? Hexe ist doch tot. Geht auch weg. Oh, shit. Loll, was ist das denn jetzt? Oh, da ist noch eine. Irgendwie bin ich tot, ne? Ja, gut. Hab' ich gesagt, da ist noch eine. Das war nicht schön. Aber der ist so, ich weiß nicht. Das wenigstens war nicht. Der gleiche Boss. So, wisst ihr? Das ist wieder mal was anderes. Nicht immer wieder Werwolf und dann enger passt so. Aber gut, da hab' ich, da hab' ich null gecheckt, dass davon einfach noch eine ist. Aber gut. Blitz macht auf jeden Fall relativ gut Schaden. Auch mal fertig laden, oder? Wir haben ja jetzt Shorty Morty Cut, ne? Ja. Wir haben ja jetzt noch, äh, ich findel. Achso, ja, ihr müsst ja weg. Nicht, nicht, nicht anzünden. Nee, du auch nicht. Nein, 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 nein. Ja, schön. Wir können auf jeden Fall hier hoch. Scheiß auf den, aber doch nicht. Okay, nice. Geh weg. Oh, nein, der Fahrstuhl ist nicht hier. Okay, warte, Outplane. Fall doch da rein. Komm, hier. Okay, die kann da wohl nicht reinfallen. Dann weg mit dir. Ich dachte, Dark Souls 1, 2, da kannst du die ja in solche Dinger locken. Und dann sterben die. Ich dachte, das geht hier auch, aber no way. Oh, shit. Ach, warte, wir können ja einfach hier lang. Nee, da können wir nicht lang. Du Drecksarsch. Halt die Fresse. Sag mir bitte, dass du zu fett bist und du noch runterfällst. Nein! Oh, Juni, Juni, Juni. Ich dachte, jetzt ist mich tot. Geh doch runter. Komm, geh doch runter. Komm. Komm. Tschüss. Jetzt kommt da ja so ein Wauwau. Der mich auch noch übel trifft. Juni, halt doch deine Fresse, die Wi-Fi-Verbindung da ist. Juck doch eh keinen Schwein, Mann. Geh doch weg jetzt, Alter. Das ist ja gar nicht nervig. War hier eigentlich irgendwo jemand? Egal. Egal. Ja, hier war ja jemand, ne? Frau mit dem Monster-Hammer. Oh. Wir sind ganz schön blöd. Wir haben doch da den Shortcut freigemacht. Warum nutzen wir den denn nicht? Oh. Oh, Trottel. Blah, ich den habe übel gegeben. Shit. Ist cool. So, hier. Kann es sein. Jedes Mal treffen die mich, ne? Die mache ich nicht. Ich lau... Ja, ich laufe an den vorbei. Oh, hier ist ein Ei... Ja, egal. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Wir rützen ja auf die Eier. Ne, gut. Geil, das wollte ich. Oh, shit. Auch weggehen, oder? So, haben wir hier denn noch irgendwas Gechilltes? Vielleicht können wir das mal nehmen, um die noch besser zu poken. Geh da rein, los. So, wo ist die jetzt? Man kann die ja jetzt schon töten. Wo ist die Hekse denn? Ach so, geil. Und da hinten ist sie. Ja geil, also... Okay, auf den Boss habe ich auch keinen Bock mehr. Du, du, ich kann nicht rollen. Ich habe volle Ausdauer. Der geht nicht weg. Ah, ich hasse dieses Spiel. Das Spiel ist echt nicht gut. Es ist ja nicht schwer. Schwer ist es ja nicht, aber... Es ist unrealistisch. In jedem Dark Souls-Spiel. Wenn du gehittet wirst, du kannst wegrollen. Hier nicht. Die müssen wohl alle noch 10.000 Anrechende haben, mit denen die sich festhalten. Weil weg kommst du nicht. So, ich habe aber auch... Es macht echt wenig Spaß. Ich denke auch nicht, dass wir den Platinum an hier machen. Weil das Spiel ist echt nicht gut. Muss ich sagen. Nee. Wo ist denn diese Scheißtür, durch die wir durchgehen können? So, ich weiß wo. Also, ich muss eigentlich sagen, das macht echt wenig Spaß, das Spiel. Also, klar, vom Prinzip her ist das übel geil. Aber es ist so schlecht umgesetzt worden. Gegner kannst du nicht taunen. Also, die sind nie außer... Dass die außer Ballons sind. Sind die nie? Kriegst du die auch nie? Du bist es aber immer. Weil sobald die dich einmal treffen, kannst du nichts mehr machen. Geil, danke. Geil, danke. Scheiße auf den Witzer. Ich mach den jetzt nochmal. Wenn ich dann nochmal sterbe, dann mach ich jetzt Pause, weil dann hab ich keinen Bock mehr. Es frustriert einen halt nicht wirklich. Es ist einfach nur unfair, weil diese Viecher... Natürlich hast du mich getroffen. Das meine ich. In jedem Dark Souls-Spiel brichst du die Gegner ab, wenn du sie schlägst. Hier nicht. Hier brecht jeder dich ab, aber du bist am Arsch. Du hast Pech, weil du nichts machen kannst. Da hinten. Da hinten. Ja, ja. Da hinten. So, die Hexe ist nicht mehr da. Rennen ist sie, okay. Hä? Habe ich dir jetzt gerade kein Damage gemacht? Hä, warum kann ich das nicht hören? Muss er jetzt tot? Oh nice, wir sind zwei. Wo ist sie? Da hinten, okay. Ungünstiger Spot, Bruder. Ungünstiger Spot. Wow, ich kann mich bewegen. Da, das meine ich. Ich kann nicht, ich kann nicht rollen. Wenn er mich einmal trifft, bin ich weg. Ich kann mich nicht bewegen. Woher ich jetzt wusste, dass sie hier ist? Ich habe die Geschosse gesehen. Da ist der Tod, ah ja. Da hinten. Ja, die Viecher, äh, die sind irgendwie greedy auf mich, ne? Okay, kein getroffen. Perfekt. Okay, auch wieder keinen. Oh, geil. Nein, die muss sterben. Ja, wahrscheinlich. Äh, jetzt bin ich tot, oder? Boah, wo ist diese Fotze denn? Ich hoffe, die Eier hier. Wo ist die andere? Wo ist die andere? Ja, schön. Der Boss heute ist ja eigentlich, der, der ist ja echt geil gewesen. Also der, der Boss gefällt mir vom Prinzip her. Aber, was, das Spiel an sich hat Fehler. Irgendwie, das, das kann so nicht richtig aufgehen. Also ich werde nochmal, äh, ein sehr langes Video darüber machen. Also relativ lang. Was, wie, was ich von diesem Spiel halte. Weil, ich bin, weiß ich, ich kann es nicht sagen. Auf der einen Seite ist das Spiel übel gut. Auf der anderen Seite fuckt es mich halt übel ab. Abgesehen davon, dass ich jetzt schon wieder keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Wir gehen erstmal in, zu dem Jäger-Traum. Ach, ich bin, äh, hm. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, das Rüstungsteil ist ja wahrscheinlich für die MC-Werkstatt. Ja, quatsch mich nicht voll. Hierfür wahrscheinlich, oder? Ja. Äh, kein Plan, ne? Ich kann ja hier theoretisch alle auswählen, oder? Viel mehr habe ich ja gar nicht. Aber was machen die denn alle? Äh, Bestie ruhen verstärkt vorüber, transferiert. Ich bin noch nie eine Bestie geworden, oder? Max, tragbare Fjolen, eine. Okay, na gut. Was brauche ich hierfür jetzt? Zwillingsscherben. Zwillingsscherben. Scherben. Müssten wir eigentlich hier kaufen können. Oder? Nein, okay. Dann nicht. Oh, aber was sonst? Ne, können wir das auch hier unten kaufen? Ja. Ja, ist. Ist das teuer. Kann man ja mal lieber mal, äh, ne? Ne? Ne, Jungs? Wisst ihr, was ich meine, ne? Sexualität. Ja, guck, man, man ist immer so super low level. Irgendwie habe ich den Drang aus Dark Souls immer über 1000 Leben zu haben. Und wo ist denn hier Waffe, rechte Waffe 1 und 2? Das ist halt super gut, dass die Waffen irgendwie stärker werden. Austausch ist aber auch nicht schlecht, so. Ja, Jungs. Äh, ich bin einer, der levelt super strange. Oh, guck mal, wir können ja jetzt sogar hier oben. Ne, hier war unterirdisches Gefängnis. Was war hier denn? Hexen, ach so, okay. Cool, cool. Äh, oh, ist da hinten eigentlich das Tor auf? Das wird mich ja jucken. Ne, ist zu. Können wir es dann aufmachen? Ne, können wir nicht. Kein Plan, warum. Aber spielt doch erstmal keine Rolle. Denn wir werden hier den Part im Traum des Jägers. Ich habe es heute gefallen, auch wenn man, ich immer ein bisschen ausflippt, weil das kotzt mich hier ein bisschen an. Aber was mich genau an kotzt, das werden wir später nochmal rausfinden in einem extra Video. Da werde ich das mal ein bisschen erläutern, was ich meine. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.